Liebe Frauen weltweit, auch wenn wir es nicht jeden Tag sagen, wir sind eure größten Fans und zwar seit Ewigkeiten. Wir hoffen, ihr genießt heute euren Tag. Füße hoch und entspannen, sollen die Männer heute mal was für euch machen. Ihr habt es euch verdient. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020